Ja, hallo zusammen, wir sind hier wieder beim Agile Teamwork Track, ein bisschen zu spät, die Nadine und der Sven haben viel zu erzählen gehabt, New Pay ist ja auch ein spannendes Thema und ja, da reicht eigentlich nicht mal eine Keynote. Kommen wir mal wieder zurück zu den Sachen, die uns im Team beschäftigen, manchmal auch das Gehalt, aber jetzt sollen es mal andere Dinge sein und zwar die Retrospektive. Für mich das wichtigste Meeting in einem Scrum-Prozess oder überhaupt in Team-Prozessen, also wenn man kein Scrum macht, sage ich auch immer, dann mach, also wenn du sonst nichts machst an irgendwelchen sinnvollen Meetings, dann mach wenigstens eine Retrospektive und kümmere dich darum, Inspector-Adapt irgendwie voranzukommen, kontinuierliche Verbesserungen zu implementieren. Und insofern finde ich es sehr spannend, dass jetzt der Rainer bei uns ist, der Rainer Kühn von 1&1, alter Bekannter, auch schon auf diversen Tools-Weiter-Teams gewesen und hier gesprochen zu den Themen Kanban und Retrospektiven, wir haben es eben nochmal rekapäuliert. Und insofern, und sein Vortrag zeigt ja auch schon, dass der Rainer ganz viel Erfahrung hat mit Retrospektiven, 250 Retrospektiven, gelernt, probiert und verbessert. Und insofern begrüße ich dich sehr, Rainer. Schön, dass du da bist und ich bin sehr gespannt, was du uns an Praxistipps für unsere nächste Retrospektive geben kannst. Ja, danke Jo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, 250 Retrospektiven, gelernt, probiert, verbessert, ist einfach ein, also ein sehr großes Thema eigentlich. Ich muss schauen, dass ich das in der Zeit auch hinkriege. Deswegen lege ich auch gleich los. Ich stelle mich kurz vor, und zwar, Jo hat es ja schon gesagt, ich bin, also ich bin irgendwie so ein Agile-Sternchen, Agile-Dingsbums bei 1&1 und dort in dem Bereich, wo web.de und gmx gemacht werden, in Karlsruhe. Und ich bin aber im gesamten Unternehmen als Berater, Moderator, Trainer, auch Mentor unterwegs. Und ich denke, ich bin ein ganz guter Zuhörer, Erklärbär, manchmal auch so der Anstupser, der noch den Leuten irgendwie so einen kleinen Nutsch gibt und auch einen Katalysator. Also ich bringe Dinge in Bewegung, die ich, aber ich verbrauche mich dabei nicht. Das ist schön. Was ich auch gerne mache, da werdet ihr auch einiges sehen jetzt in dem Vortrag, so analog und digital Kritzeleien, gehört ja viel dazu, Visualisierung. Und früher, als es noch richtige Sticky Notes gab, Heul, da habe ich mich immer gerne auch als Ambassador of the Sticky Notes Republic bezeichnet. Wer irgendwas twittern will über mich, gerne über Edreiner Kühn oder ihr könnt auch gerne auf meine Webseite da noch gucken, da gibt es auch einen Blog, wo das eine oder andere Interessante vielleicht für euch auch drinsteht. Gut, machen wir weiter. Die Perspektive heute in dem Vortrag ist, dass ich eben als Moderator hier zu euch spreche. Und ich sage mal einfach, ich habe oben so eine Matrix aufgemacht. Also wenn der Moderator ungeübt oder unmotiviert ist und die Teilnehmenden sind ungeübt und unmotiviert, dann ist die Erfolgschance von der Retrospektive bei null. Ganz einfach. Wenn dann das Team erfahren ist, aber der Moderator, naja, nicht vielleicht ganz so tolle ist, dann kommen vielleicht noch 30 Prozent raus. Und wenn der Moderator erfahren ist und ein unmotiviertes oder ungeübtes Team hat, dann kann er vielleicht noch ein bisschen was rauskitzeln. Kommen wir vielleicht auf 50 Prozent. Und wenn beide Seiten eben Erfahrung haben und auch Lust auf Retros haben, dann haben wir vielleicht so eine Erfolgschance von 80 Prozent. Selbst da werden wir ja nicht 100 erreichen, weil manche Dinge, manche Experimente ja auch eben vielleicht nicht so gut funktionieren. Genau. Und ich hoffe, dass ich eben auch mit den 250 Retrospektiven als erfahren und auch motiviert gelte in diesem Thema. Kommen wir ganz kurz drauf. In dem Einleitungstext habe ich ja auch gesagt, ja, Retrospektive oder Lessons learned oder Post Mortems. Also wie ich gesagt habe, die letzten beiden habe ich eigentlich schon gefressen, weil die sind immer erst am Ende, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Und das ist für mich nicht das, wie wir es machen sollten, egal ob agil oder nicht agil. Und wir müssen uns einfach auch in dieser sich immer schneller verändernden Welt müssen wir einfach anpassungsfähig und innovationsfähig bleiben. Sonst werden wir nicht überleben. Und dazu ist eben Inspect und Adapt ganz wichtig. Und das ist eben nicht nur so ein Rettungsring. Wir wollen ja nicht nur gerade so über Wasser treiben, sondern wir wollen ja auch am Markt, im Geschäft irgendwo mitbestimmen, Dinge mittreiben und nicht nur gerade so rumdümpeln. Und deswegen ist halt kontinuierliche Verbesserung auch kontinuierlich und nicht erst am Ende von irgendwas. Und wichtig ist mir auch, dass es eben regelmäßig und oft ist, über das regelmäßig, wie oft man das macht, kann man sich streiten, aber dass man eben sagt, wir machen das in einem zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen Raster, wie auch immer. Und wir machen es regelmäßig. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe da unten auch noch zu einem anderen Vortrag und einem Podcast von mir verlinkt. Könnt ihr dann, wenn ihr die Slides bekommt, natürlich auch gerne reinschauen. Ja, kurze Zeitreise, was so wie meine retrospektiven Historie war. Angefangen hat es irgendwie 2011. Da habe ich so die ersten Retros gemacht und die waren eigentlich so unstrukturiert. Ich kam da rein, habe gesagt, so Leute, jetzt reden wir mal drüber, was läuft gut, was läuft schlecht. Ja, und dann Tabelle aufgemacht auf dem Flipchart. Ziemlich langweilig eigentlich, wenn ich es so betrachte. Ja, das hat dann 2013, habe ich dann so den Retromat kennengelernt und andere Webseiten und auch dieses Buch von der Easter Derby und Diana Larsen. Ich habe das alles im Anhang auch verlinkt, wo ich dann mir viel Inspiration rausgezogen habe und dann, glaube ich, meine Retros ganz anders aufgezogen habe. Ja, das kam dann, nachdem man da so ein bisschen Sicherheit gewonnen hat, kam eben auch dazu, dass ich eigene Formate versucht habe, entweder zu entwickeln oder abzuleiten von bestehenden Formaten und auch mich immer mehr am Flipchart irgendwie ausgetobt habe. Ja, und dann, ihr seht es an den Zahlen, das ging dann irgendwie ziemlich gut bergauf und irgendwo habe ich gemerkt, ich skaliere nicht. Also ich hier mit fast 40 Retros in einem Jahr, das bedeutet ja, wenn man Urlaub und so abzieht, jede Woche eine Retro. Das ist schon ganz schön viel. Dann habe ich gedacht, so, was mache ich denn? Dann habe ich gesagt, ich möchte eigentlich andere Leute auch befähigen, gute Retrospektiven zu moderieren, ohne jetzt da zu sagen, dass meine immer gut sein müssen. Aber ich habe halt auch gesehen, wie viele schlechte Retros es gibt und habe dann gesagt, ich möchte einfach was tun. Habe dann bei uns ein Retrospektiven-Moderatoren-Training aufgesetzt, werde ich nachher auch noch kurz was zu sagen. Und jetzt seht ihr aber, das Jahr drauf ging es nach oben. Da hat wohl das Training noch nicht ganz so gezogen, aber zumindest mal die Awareness für die Wichtigkeit von Retrospektiven ist gekommen. Aber 2018 hat es dann gezogen und da waren es bei mir dann eigentlich viel mehr so große Retros, also mit bis zu 50 Leuten auf Englisch, auch zum Teil schon virtuell. Also es war dann, ist dann die Zahl ein bisschen runtergegangen, war ich auch froh. Und naja, 2020, wie ihr es denken könnt, ist natürlich mit Corona, dann sind die Distributed Retrospektiven meine große Herausforderung gewesen. Soweit kurz zu meiner Zeitreise. Und ich möchte ehrlich sagen, ich möchte von diesen letzten Wochen genau 250 Retros vollgemacht. Ich möchte keine einzelne davon missen. Ja, was hat sich denn so vor Corona oder dann auch mit Corona geändert? Ja, also es ist klar eine neue Herausforderung für alle Meetings und alle Arten der Zusammenarbeit. Aber was ich halt gemerkt habe, naja, wenn die Retros schon vor Corona nicht toll waren, dann wird es jetzt einfach eng. Also dann haben wir wahnsinnig Bedarf, dass wir die besser machen, weil wir wollen die Leute bei der Stange halten. Wir wollen sie in die kontinuierliche Verbesserung reinbringen. Und da muss man wirklich was machen. Remote ist da schon auch eine zusätzliche Herausforderung. Und geändert hat sich für mich eigentlich dann hauptsächlich das Tooling. Da habe ich angefangen mit Confluence, habe dann mit Miro ein bisschen gespielt, bis es dann hieß, das dürfen wir nicht mehr verwenden, wegen Privacy Shield. Jetzt bin ich am Concept Board dran. Mal gucken, ob wir das dann offiziell benutzen dürfen. Deswegen die drei Fragezeichen dahinter. Mal schauen, was noch kommt. Und im Wesentlichen haben wir halt Microsoft Teams für die Kommunikationsseite dann. Ja, und eine Erkenntnis bei mir auch, verteilte Meetings oder Retros, die brauchen einfach länger. Also wenn ich früher eine Retro so mit quietschenden Reifen, sage ich mal, in 90 Minuten geschafft habe, dann brauche ich jetzt wahrscheinlich 120 Minuten. Also es ist da einfach noch mehr Verwaltungsoverhead drin. Die Leute ermutigen, jetzt sprich doch du. Und das, was man sonst mit Blickkontakt gemacht hat, ist ein bisschen aufwendiger. Ja, und natürlich das, was jeder ja bemängelt, persönliche Nähe und diese Beobachtungsmöglichkeiten, die hat man nicht mehr so. Also Körpersprache beobachten, das wird schwierig. Und ich muss halt mehr moderieren. Also es ist nicht mehr so, dass ich dann per Blickkontakt sage, jetzt der Nächste und jetzt ist genug geredet. Sondern das muss man dann wirklich auch aktiv moderieren. Ja, im Titel hatte ich ja auch eben, was habe ich gelernt in den, in diesen 250 Retros. Und da ist für mich sowas, ja, wenn du jeden Tag Pommes essen musst, ist das auch doof. Und das habe ich auch schon oft erlebt und anfangs vielleicht, ja, hoffentlich nicht ganz so lange falsch gemacht. Aber zahlreiche Retros, die sterben wirklich halt so den Tod der Langweiligkeit, ja. Da ist jedes Mal das gleiche Format, jedes Mal der gleiche Raum, die gleichen Fragen, die gleichen Antworten zum Teil. Und irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr. Und dann finden die Retros seltener statt und irgendwann mal dann gar nicht mehr. Und das kann es eigentlich nicht sein. Ich muss aber zugeben, gerade wenn man unerfahrene Teams hat, die vielleicht gerade erst anfangen, dann ist es am Anfang auch nicht schlecht, wenn ich denen so ein bisschen eine Vorhersagbarkeit oder Vorhersehbarkeit gebe in den Retros, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen. Aber das darf halt auch nicht zu lange gehen. Also ich habe am Anfang dann immer dieses Retro-Wheel, also wer diesen Retromat ein bisschen kennt, ja, Retro-Wheel mit diesen fünf Speichen gemacht. Und das ist aber dann, das ist mir langweilig geworden, das sind Leuten langweilig geworden. Also macht man mal was Neues. Und das darf dann halt durchaus auch mal ein bisschen was Aufregendes sein. Ja, also man muss nicht als Team irgendwie aufs Hochseil gehen, auch klar. Aber damit ich eine richtig effektive Retro, mit der gute Erkenntnisse, noch nicht mal Ergebnisse, Erkenntnisse bringt, bekomme, muss ich immer einen Perspektivenwechsel haben. Also deswegen könnte so ein Hochseilakt da auch durchaus interessant sein. Ja, das mal, was wäre denn, wenn du da oben jetzt wärst und oder ganz viele andere Dinge auch. Ich zeige euch gleich noch ein paar Beispiele. Perspektivenwechsel eben wichtig, Überraschungen. Also auch, dass die Leute mal jetzt nicht wissen, was kommt denn heute. Und ich finde es eigentlich schön, ich darf bei vielen Teams, die sagen einfach, mach bereit du die Retro vor, vielleicht ein bisschen mehr in dieses Thema. Ja, und dann mache ich was und dann, die haben das Vertrauen in mich, dass ich sie nicht komplett überfordere, aber dass sie auch immer so ein bisschen angestupst werden. Und das finde ich unheimlich schön, da kann ich mich austoben. Und die Leute sagen mir dann auch oftmals danach, war gut, war nicht so gut. Und dann lerne ich natürlich auch draus. Und was ich in Retros halt auch brauche, also gerade so diese ganz bequemen Retros auf diesen Sitzkissen da oder Couchs oder sonst was, ja. Ach, das ist alles so schön, easy nach dem Mittagessen. Und da braucht man auch ab und zu mal irgendwie so ein bisschen Komfortzonen-Rausschubser. Dass man eben auch mal merkt, ey, eigentlich, es läuft zwar gut, aber wir können auch noch Dinge besser machen. Und was müssen wir denn machen, um besser zu werden? Also das ist dann immer für eine Retro so das Lebenselixier, dass das nicht langweilig wird. Und was aber auch in der Retro wichtig ist, es gibt zwei Trigger für Veränderung oder zwei Haupttrigger. Und das eine ist Lust und das andere ist Schmerz. Und ich merke dann immer, wenn es in so einer Retro mal ein bisschen knirscht und auch mal Emotionen hochkommen, ja, dann ist es gut. Dann bitte nicht wegreden, sondern dann haben wir einen Punkt gefunden, über den wir reden können. Ja, und deswegen gerade diesen Schmerz eben als Trigger auch nehmen, dass wir was bewegen können. Und manchmal zeige ich dann auch den Teams dieses Plakat hier. Also bitte schluckt kein Aspirin. Damit gehen zwar die Schmerzen weg, aber die Schmerzursache bleibt noch bestehen. Also deswegen bin ich dann großer Fan von keinem Schmerzmittel nehmen in der Hinsicht. Und was ich auch gemerkt habe, gerade in der letzten, vor zwei Wochen in einer Retro, so ein Thema, was immer wieder gekommen ist, also ein typisches Muster, ja. So, du machst das also schon seit irgendwie einem halben Jahr oder so Retros mit einem Team. Und da kommen irgendwie die Dinge wieder hoch, wo du gedacht hast, Mensch, darüber haben wir doch schon gesprochen, ein bisschen anders formuliert, ja. Und, ja, das ist so ein bisschen so komisch einfach, ne. Und da habe ich mal wirklich drüber nachgedacht. Und was liegt denn dem zugrunde? Und eins, was halt da immer wieder kommt, ist wirklich dieses Thema Disziplin im Team auch. Ja, wie gehen wir mit den Erkenntnissen aus der Retrospektive um? Ich habe auch mal ein Team gehabt, da ist einer, ohne sich auch nur zu entschuldigen, fünf Minuten zu spät mit der Brötchentüte ins Zimmer, wo wir die Retro gemacht haben, rein spaziert. Gut, sie hat es mal hingesetzt und sein Brötchen ausgepackt und Brötchen gegessen. Und das finde ich natürlich schon dreist. Also ehrlich, ja, ich nehme mir die Zeit für die Retro und dann sowas finde ich also auch nicht gerade wertschätzend. Und die hatten vorher auch schon Disziplinprobleme. Und dann habe ich mal eine Retro zum Thema Disziplin gemacht mit denen. Da ging es dann aber auch mal ein bisschen netter her, ja, weil das ist dann Schmerzpunkt, ja. Aber da muss man auch immer wieder dran gehen, weil man fällt ja gerne in alte Muster zurück und da hilft einem eigentlich dann zum einen mal die Disziplin, aber auch noch was anderes, was ich nachher zeige, nämlich mal so einen längeren Rückblick zu machen auf die, auf so eine Serie von Retrospektiven, so einen Jahresrückblick oder sowas. Was ich auch gelernt habe, denken braucht Zeit. So, jetzt steht ja im Scrum Guide irgendwie drin, alle Events sind Timeboxed und an die Timebox muss ich gehalten werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass in vielen Retros einfach diese Denktimeboxen zu kurz sind. Da hast du dann, weil da kannst du Zeit sparen in der Retro, ja. Ich gebe dir jetzt mal drei Minuten zum Nachdenken oder fünf. Und ja, dann kriege ich halt natürlich auch nur die billigen und offensichtlichen Ergebnisse, die eigentlich eh schon bekannt sind. Aber wo will ich denn ran? Und wenn ihr euch jetzt mal dieses kleine Diagramm hier oben anguckt in der Ecke, ja, da habe ich so unten so einen Minutenskala dran, so ungefähr. Und für mich war das so eine Erkenntnis, wenn ich die Teams beobachtet habe, die Aktivität über die Zeit, da geht hier die Aktivität, ja, geht so in den ersten Minuten geht die hoch. Da schreiben die sich alles das, so Brain Dump aus dem Kopf raus, was gerade halt ihnen so einfällt. Und dann wird es ruhig. Und ich habe früher dann auch, sobald es ruhig war, habe ich so gemeint, oh, ich sehe, euch fällt nichts mehr ein, sollen wir weitermachen? Und alle haben natürlich genickt, ja, ja, bitte, bitte, bitte. Das mache ich inzwischen nicht mehr, sondern ich sage, wir machen zehn Minuten und ihr müsst durch dieses Tal der Tränen da durch. Weil dann habe ich mal rausgedampft, was offensichtlich ist. Und dadurch, dass ich dann weiter versuche nachzudenken, komme ich eigentlich auf die viel wertvolleren Erkenntnisse. Und dem nehmen wir uns, wenn wir dann, um Zeit zu sparen in der Retro, nach drei Minuten oder fünf Minuten das abbrechen. Also Denken braucht Zeit. Unheimlich wichtig. Da dürfen wir uns auch gar nicht darauf einlassen, das abzukürzen. Und das geht natürlich auch ein bisschen damit einher, so Stille auszuhalten ist sowohl für die Teilnehmer manchmal peinlich. Die fangen dann an, Witzchen zu erzählen oder rumzutuscheln. Ja, aber auch für die Moderatoren ist es oft was, was so nicht ganz angenehm ist. Und da muss man sich halt dran gewöhnen, dass ich auch diese Stille aushalte. Ja, was habe ich alles ausprobiert? So verschiedene Rezeptchen mal. Was ich unheimlich gerne mache, ist eben aktuelle Anlässe aufnehmen. Ja, also sei es jetzt am Wochenende ist Nikolaus. Ja, ihr könntet wunderbar nächste Woche eine Nikolaus-Retro machen, wenn gerade bei euch eine ansteht. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und habe dann so ein Zettelchen geschrieben. So, lieber Nikolaus, ich verdiene den Stiefel voller leckerer Sachen, weil, und da müssen Sie irgendwas hinschreiben, und ich verdiene die Route, weil, müssen Sie auch was hinschreiben. Ja, und das ist dann so mal, wir sammeln mal die Informationen, wie es uns so ging, dieses Jahr vielleicht auch. Oder auch sehr schön eben hier so ein Weihnachtsbaum mit, wer noch diese runden Moderationskarten da hat. Einfach mal einen Weihnachtsbaum da mitschmücken. Ja, irre schön und sehr wertschätzend. Also da seht ihr ja auch, Nicole bekommt ein Dankeschön für die Orga. Ja, ja, und all solche Sachen finde ich unheimlich schön. Oder dann eben, warum nicht, auch mal so eine Faschings-Retro machen, wo es dann, wo man sich irgendwelche Metaphern sucht, die so zum Fasching vielleicht passen. Und es geht noch weiter. Also ich kann natürlich auch dann so eine Oscar-Verleihung machen, wo ich dann in der Sparte Technik eben hier irgendwelche Oscars vergebe, aber vielleicht auch eine goldene Himbeere, was ja das Counterpart dazu ist. Kann man nehmen. Dann die zweite Bubble hier ist, wo ein Kollege dann mal gegangen ist. Ja, bye bye Peter. Dass man da immer gedacht hat, wie geht es denn jetzt mit uns weiter? War auch sehr schön. Oder Urlaubszeit ist rum. Ja, wieder vom Liegestuhl mit Weinglas zurück an den Schreibtisch. Wie sieht die Welt jetzt aus? Kann man viel machen? Feuerwerk, na ja. Wenn man gleich im neuen Jahr irgendwo eine Retro macht, so mit Silvester ein bisschen was. Auch gerne sind dann solche Aktionen wie Fußball-Weltmeisterschaft oder Wahlen durchaus. Oder halt natürlich unser lieber Super Trump hier, der ja auch immer irgendwas zum Besten gelassen hat. Das wird ja leider zum Glück jetzt bald nicht mehr so sein. Wobei, das weiß man ja auch nicht. Aber nehmt solche Anlässe auch auf. Wahlen oder irgendwelche Festchen. Oder wenn bei euch in der Firma irgendwas Besonderes gerade war, nehmt sowas auf als Retro-Thema. Das wird gerne angenommen. Eine andere tolle Erfahrung, was ich ausprobiert habe, war, wirklich eine Outdoor-Retro zu machen. Also warum muss ich bei der Retro denn immer drin im Büro, in einem muffigen Meetingraum sein? Na gut, jetzt Corona-mäßig müssen wir ja eh alle daheim. Da wird es schwierig, dass jeder seinen Computer rausschleppt. Aber das war eine nette Retro. Ich habe mir vorher in so einer Umhängetasche ein Mobile-Retro-Toolkit zusammengestellt. Und da war eben drin Moderationssachen, was du halt so brauchst. Die Gestifte, Papier, eine Schnur und Klammern, wie ihr es auf dem Bild da seht. Und dann noch eine Flasche Wasser und ein paar Plastikbecher. Und im Sommer durchaus auch ein bisschen Sonnenmilch. Und dann sind wir rausgegangen und sind eben in einen nahegelegenen Park auf einen Spielplatz gegangen und haben da an so einer Kletterwand, da konnte ich die Schnur gut aufhängen, unsere Retro gemacht. War super gut. Und auf dem Weg dorthin, die 10 Minuten, hat das Team da schon dann die Fragestellung so ein bisschen erörtert. Dann waren wir schon warm geredet. Und das Feedback war das nächste Mal, nehmen wir noch einen Einweggrill mit. Also es ist super gut angekommen, kann ich also auch nur empfehlen. Eine nette andere Begebenheit hatte ich mal. Ja, da musste ich dann ganz plötzlich meinen Retro-Plan umschubsen. Also ich habe zwar schon eine Retro vorbereitet, aber ein aktuelles Ereignis hat dann eben zu einer Planänderung geführt. Und da habe ich halt noch schnell diese Maggi-Suppe dahin gemalt, so eine halbe Stunde vor der Retro. Und es ging dann ganz gut über die Bühne, weil ich dann auch gesagt habe, ich habe keine Zeit zum Vorbereiten gehabt, jetzt fahr mal eben so mal auf Sichtweite und schauen mal, wie es ist. Es kam super gut an. Und da kann ich halt nur empfehlen, dass man irgendwie vielleicht so zwei bis drei Typen-Suppen-Retros sich mal vorbereitet, die man dann wirklich nur auspacken muss und dann macht. Und wenn es dann mal gar nicht geht mit einer Retro machen, dann gibt es auch eine Retro ohne Moderator. Und da braucht man eigentlich nur so riesig groß ausgedruckt. Mit den Druckern, die wir haben, geht das manchmal nicht so gut. Da muss man es auf A3 drucken und zusammenkleben. Aber das sind diese Retrospective Dialog Sheets. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie so Retrospektiven-Monopoly. Also man wandert da außenrum auf diesem Blatt, arbeitet Fragen ab und beantwortet die. Das ist also auch eine schöne Sache, weil da konnte ich dann wirklich mal ganz kurzfristig nicht von dem Team, was sich schon gefreut hat, drauf. Und da hatte ich wenigstens noch so ein Blatt vorbereitet und habe das denen dann gegeben und habe gesagt, tut mir leid, ich muss gleich wieder weg. Wenn es mir reicht, komme ich zum Schluss wieder vorbei. Ja, ist ganz gut angekommen. Dann, ich habe es schon angespoilert, ich finde es immer sehr wertvoll, wenn man mal, was weiß ich, nach einem Jahr, nach einem halben Jahr mal so einen Rückblick macht. Oder auch, wenn ihr noch projektorientiert arbeitet, eben Projektende, wir blicken jetzt mal zurück über die Projektlaufzeit und dass ich eben so eine Timeline hier mache. Und da seht ihr eben diese unterschiedlichen Farben sind dann eben Karten für Ereignisse, für Ergebnisse oder für Gefühle. Und oben seht ihr ein Beispiel, das ist ein Conceptboard von vorletzter Woche und unten halt so traditionell an einer großen Wand mit Post-its gemacht. wird unheimlich gerne angenommen von den Teilnehmern und was ich wertvoll daran auch finde, es resultiert meistens darin, dass die Leute stolz auf das sind, was sie in diesem Zeitraum geschafft haben. Dass sie aber auch durchaus die nicht ganz so schönen Sachen eben ans Wort bringen. Seht ihr auch, da gibt es auch Sachen, die unter der Nulllinie dort sind. Und sie merken dann halt auch oftmals dran, dass dieses Inspect and Adapt, also dass die Retros auch wirklich hilfreich sind. Und das ist natürlich dann für mich wieder ein ganz positiver Punkt, weil dann machen sie es auch weiter. Wenn sie sehen, es schafft einen Mehrwert, dann hat man schon alles im Sack eigentlich. Das ist also jetzt mal eine Variante, das ist wirklich mehr so auf dem, was ist denn so passiert. Und eine zweite Variante, die ich auch gerne mache, ist, ich nehme dann, ich drucke dann die ganzen Fotoprotokolle von den Retros. Also das muss man jetzt natürlich dann unter Corona vielleicht ein bisschen anders machen. Aber ich drucke die alle aus und hänge die dann so nebeneinander an eine Wand. Und dann lasse ich die Leute durchgehen und bitte sie dann eben, so, jetzt schreibt ihr bitte mal drauf, also nehmt Post-it, schreibt drauf, zum einen mal, welche Inhalte der Retro haben euch denn besonders gefallen oder auch nicht gefallen im Rückblick. Und wie seid ihr damit umgegangen? Und dann auch natürlich für mich als Moderator wichtig, welche Methoden haben euch denn besonders gut gefallen? Ja, und da seht ihr, da kann man also auch schöne Erkenntnisse draus ziehen und auch die Leute schmunzeln und finden es nett, dass man sieht, oh, was, das haben wir vor einem Dreivierteljahr gemacht, ist ja cool, erinnere ich mich jetzt gerade wieder dran. Oh, das Thema sollten wir wieder mal aufgreifen. Also es ist gerade, um diesen Aspekt Nachhaltigkeit zu erreichen, ist so eine Jahresrückblicks-Retro auf jeden Fall sehr wertvoll. Und hier halt klar, methodisch, welche Fokusthemen waren interessant und welche Übungen waren gut und welche halt nicht. Ein ganz schönes Thema hatte ich mal. Ein Team, das sich so beklagt hat in den Retros, ach ja, wir haben so Wertschätzung fehlt uns ein bisschen. Immer wieder so ein bisschen unterschwellig kam das. Also hat keiner gesagt, Leute, ich brauche mehr Wertschätzung. Und das war ein Betriebsteam, also richtig, ohne jetzt dann Klischee zu erfüllen, aber das waren schon Nerds auch. Und dann haben wir das eben gemacht. Jeder schreibt über jeden jetzt mal einen Zettel im Team und schreibt da drauf, was bewundere ich an dir, was gefällt mir, was gefällt mir oder ich finde dich toll, weil, oder ich sage dir danke für oder sonst irgendwas, was dir noch eingefallen hat. Und hier unten habt ihr halt ein Beispiel, ja, und es war wirklich so, erst mal haben sie so ein bisschen rumgedrückst, ja. Aber zum Schluss, wenn man die Leute beobachtet hat, die haben dann schon so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, ja. Und das bei solchen Nerds, möchte ich mal sagen, das war toll. Und das habe ich also jetzt auch schon irgendwie drei, vier Mal gemacht. Und es ist einfach schön, also auch, dass man sich mal diese Wertschätzung dann gibt und auch so ein bisschen Preis gibt, was findet man denn gut. Und das war sehr schön. Was habe ich denn alles verändert an den Retros? Also es ist ja, es ist mir eh ein bisschen schwer gefallen, so dieses Aufzuspalten in gelernt, probiert und verändert, weil es ist natürlich, es ist ja auch iterativ bei mir. Also was ich verändert habe, ist, es gibt bei mir so ein paar Must-Haves von der Retro. Und das eine ist auf jeden Fall, ich brauche eine gute Vorbereitung und eine gute Nachbereitung, ja. Also ich kann nicht in eine Retro reingehen, wenn ich sie nicht gescheit vorbereitet habe. Dann ist wichtig natürlich aufmerksam sein. Das ist in Corona-Zeiten mit vielleicht manchmal auch Kamera aus gar nicht so einfach. Deswegen ist für mich eigentlich dann auch immer die Bitte, Leute, macht die Kamera an, wenigstens die meiste Zeit. Und dann auch eben dieses Thema Abwechslung, dass ich sage, ich möchte interessante Retros haben. Ich möchte die Leute, dass sie nicht nach zwei Stunden rausgehen und sagen, oh, das war das anstrengend und blöd, sondern dass sie irgendwie auch vielleicht ein bisschen inspiriert rausgehen. Und halt auch diese eigenen Formate, dass man dann sich selber Dinge überlegt, ja, finde ich sehr wertvoll. Und nicht zuletzt auch, wenn ihr jetzt euer, ich sage mal, nur für euer Team moderiert, geht mal zu anderen Teams, macht es mal über Kreuz, ja. Und ihr werdet sehen, es ist unheimlich lehrreich, was man da selber auch als Moderator mitnimmt. Und manchmal wird es vielleicht auch nicht gut gehen, ja. Also egal, ob im eigenen Team oder sonst wo, aber dann ist es halt wie immer, aufstehen, krone, richten, weitergehen. Also nur weil mal eine Retro nicht so geklappt hat, ist es kein Grund, damit aufzuhören oder enttäuscht zu sein. Das ist immer auch ein bisschen Tagesform. Das ist auch immer der Gruppendynamik geschuldet. Also bitte lasst euch davon nicht unterkriegen. Mir ist es wichtig, sich da auch ein bisschen was zu trauen. Dazu muss man natürlich auch, sagen wir mal so die Grundfertigkeiten haben. Also dazu kann man sich Sachen aus dem Retromat wunderbar rausnehmen oder eben schauen, was es in den Büchern oder sonstigen Quellen so gibt, ja. Und ich mache ganz gern auch die Fee. Das ist dann auch, wenn du mit so einem Techie-Team da auf einmal ankommst, hier, da kommt eine Fee, die gewährt dir einen Wunsch. Hm, was ist das für mich mit einer Fee? Ja, aber es ist dieser Perspektivwechsel, wo man dann in so eine Märchenwelt irgendwie rein versetzt und das öffnet einem dann manchmal ganz interessante Gedankengänge im Kopf. Dann eben dieses Thema mit der Wertschätzung, was ich ja schon gesagt habe. Ich finde dann auch diese Rucksack-Retro, die ist von Ben Linders, ist auch verlinkt, die Webseite von ihm im Anhang. Finde ich auch unheimlich toll, was so eine Metapher hat. Wir gehen auf eine Wanderung. Was packen wir denn zu Beginn ein? Ja, was ist unterwegs dazugekommen? Was können wir jetzt nach der ersten Etappe rausnehmen? Und was brauchen wir vielleicht für die zweite Etappe? Also ist es einfach bildlich schön. Man kann die Leute ja wirklich auch so eine kleine Reise mitnehmen. Superhelden, ja, also du bist ein Superheld, was sind deine Superpowers? Oder was ist dein Wunderfleck dann auch? Das kann man auch sehr schön machen. Dann natürlich auch mit Lego. Also ich bin kein Lego Series Play zertifizierter Mensch. Ich nehme einfach eine Kiste Lego mit und hier habe ich zu einem Team mal gesagt, baue mal dein Problem. Und der Kollege hat dann gesagt, hat das Ding gebaut und gesagt, so und jetzt fahr mal mit dem Ding in eine Richtung. Fand ich geil, ja, weil das war dann so, ja, stimmt eigentlich, ja, der eine in die, der andere in die. Wir drehen uns nur im Kreis, kommen nicht voran, ist doof. Dann unten das rote T-Shirt, da haben wir uns Labels angehängt. Und ist also auch, glaube ich, aus einem Retromatenübungen, auch so ein bisschen Wertschätzung eben, ja, was für Labels hast du? Also wenn dich einer sieht, mit was für Attributen würde der dich versehen? Ja, und dann das mit diesen ganz vielen Datumszahlen drin, war auch bei meinem Lieblingsteam. Also ich habe so ein Lieblingsexperimentierteam, da darf ich mit allen Scheiß kommen und die machen es mit und geben mir danach Feedback, bin ich sehr dankbar. Und die haben über Jahre hinweg immer wieder kam in der Retro hoch, wir müssen mehr Pair-Programming machen, wir müssen mehr Pair-Programming machen. Und irgendwann habe ich gesagt, Leute, es kommt jedes Mal hoch und da habe ich eben die Fotoprotokolle rausgekramt, überall geguckt, wo Pair-Programming-Thema drin war und gesagt, so, entweder machen wir jetzt was oder wir begraben das Thema. Also unangenehmes Ansprechen. Da war erst mal so betretene Stille und ja, also auch das ist wichtig, dass man, also gerade wenn man als externer Retros moderiert, durchaus auch mal ein bisschen den Spiegel vorhält. Ja, jetzt ist natürlich nicht alles immer nur eitel Sonnenschein. Ich hatte auch so ein paar Fuck-Ups und die, also das, was mir dann halt zum Glück nicht mehr so oft passiert, aber eine schlechte Auftragsklärung. Also jemand kommt zu mir und sagt, mach mal eine Retro und nachher brauchen die eigentlich was ganz anderes als eine Retro. Oder sie brauchen nicht so eine Retro zu einem global-galaktischen Thema, sondern eher auf den Fokus gesetzt. Und das ist, das ist mir ein paar Mal passiert und dann habe ich halt die Retro, naja, die haben wir dann halt fertig gemacht, aber eigentlich war ich danach nicht zufrieden, deswegen immer in eine gute Auftragsklärung reingehen. Und das andere war, das war mir so peinlich im Nachhinein, da hatte ich auch schon irgendwie über 50 Retros hinter mir oder 100, weiß es gar nicht mehr. Und auf einmal kommt im Outlook die Erinnerung hoch, in 15 Minuten hast du eine Retro. Und ich, oh, Backe, nein, ich habe nichts vorbereitet gehabt. Und ich musste dann auch nicht nur Stockwerk wechseln, sondern Gebäude wechseln, also allein schon mal siebeneinhalb Minuten Weg. Und da habe ich gedacht, komm rein, da bist du doch ein alter Hase, so viele Retros, wie du schon gemacht hast, das schüttelst du doch aus dem Ärmel, aus dem Handgelenk. Ja, Pustekunz war ein Desaster. Also, die haben gemerkt, dass ich nicht vorbereitet bin. Ich war, habe mich nicht wohl gefühlt. Ich hätte ehrlicherweise zugeben müssen, Leute, ich habe meinen Terminkalender nicht im Griff gehabt. Können wir es auf morgen verschieben, können wir es auf nächste Woche verschieben oder könnte mir noch eine Stunde geben oder wie auch immer. Aber es, das haben die nicht verdient und ich habe es verdient. Ja, absolut. Ja, Nachhaltigkeit eben, ja, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, ich kann mir viel vornehmen in einer Retro, nur wenn ich es nicht mache, ist es, wird Katz. Und da helfen mir, da helfen mir auch immer die Retro-Protokolle dazu. Dann kann man, es schafft ein bisschen mehr Verbindlichkeit und die eben nach einer gewissen Zeit wieder rausziehen und reflektieren, gerade auch in so einer Jahresrückblicks-Retro. Ja, ich komme auch, ich bin bald am Ende, Joe, keine Angst. Wenn die Leute, als zu mir ins Büro reingekommen sind, da haben sie gesagt, ja, du hast ja einen Traumjob, du kannst den ganzen Tag malen. Ja, habe ich. Also ich finde das inzwischen super toll mit den Stiften oder auch jetzt inzwischen halt auf dem iPad zu malen. Und die Zeit brauche ich eh. Ich muss mich auf eine Retro vorbereiten. Und während ich die zeichne, bereite ich mich darauf vor. Dann weiß ich, was ich sagen will. Dann weiß ich, wie ich es machen will und bin dadurch dann eben auch gut vorbereitet. Und die Teilnehmenden, die schätzen das ungemein, dass sie wissen, ich habe extra für sie gezeichnet. Es ist ein ganz anderes Niveau nachher, wie sie mitmachen, weil sie sagen, da hat sich einer Mühe gegeben, jetzt geben wir uns auch Mühe. Und ich baue natürlich auch meine Visualisierungsfähigkeiten dadurch aus. Zeichenkünste. Kunst kommt von Können und Können kommt von Machen. Ja, ich muss also kein Picasso sein, um tolle Retro zu machen. Aber ich brauche halt schon die Möglichkeit als Moderator, dass ich auch Visualisieren von Sachverhalten machen kann, strukturieren und dokumentieren. Und da hilft einfach der Stift ungemein dabei. Wir sind visuelle Menschen. Wir brauchen irgendwie Bilder. Hier ein paar Beispiele. Auch so der Werdegang oben, dieses Pleased and Surprised, ja, von erfreut, überrascht, hingeschrieben bis sogar gegendert irgendwie mit Männlein, Weiblein oder unten die Fee, wie die sich entwickelt hat über die Jahre, nur so als kleine Anregung. Protokolle, ja, muss man die richtige Form finden. Ich habe es am Anfang in Word gemacht, bis ich gemerkt habe, dass Word kein Grafikprogramm ist. Dann habe ich gedacht, mache ich es in PowerPoint. Das war dann schon besser. Da kann man wenigstens die Bilder nachbelichten. Dann, wo es mit Corona-bedingt in Homeoffice ging, in Confluence, naja, das dann als Word oder als PDF auszudrucken, macht auch keinen Spaß. Und jetzt mit Conceptboard und Miro hatten wir auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Aber für mich unheimlich wichtig, einfach auch als Gedankenstütze und fürs Team dann auch. Was wir ja dann gemacht haben, ist, bilde deine Retro-Moderatoren aus, mach, also wir haben ein fünfteiliges Programm aufgebaut, eintägiges Basismodul und in so drei Monaten Abständen ein halbtägiges Modul. Dazwischen dürfen die Leute viel üben, berichten, hat sich super rentiert bisher. Und damit ich zum Schluss komme, das Allerwichtigste für mich bei den Retrospektiven ist einfach Respekt. Respekt zum einen mal als Moderator vor jeder einzelnen Retro, vor den Menschen in der Retro, die dir ihre Zeit schenken und du machst mit denen was und auch vor den Erkenntnissen und das gilt natürlich dann auch für die retrospektiven Teilnehmer. Und das war's schon. Joe kann aufatmen. Vielen Dank. Habt ihr noch Fragen? Nein, aufatmen. Aufatmen. Ich würde aufatmen tun. Ja, ich weiß auch nicht. Sondern es ist, wir haben ein staffes Zeitprogramm und ich glaube, wir könnten dir noch zwei Stunden zuhören und es sind, ich habe irgendwie so eine Latte Fragen notiert und ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll, weil wir eigentlich, wie gesagt, jetzt raus müssen. Ich würde dich vielleicht bitten, guck noch nochmal in den Hop-in-Chat. Da sind eine ganze Menge auch Fragen und Diskussionen und dann kannst du ja mal überlegen, ob du den Leuten im Hop-in-Chat auch nochmal anbieten willst, vielleicht eine Session zu machen, also in den Session-Bereich rüberzuwechseln und spontan noch ein bisschen drüber zu quatschen. Ich glaube, du hast so viel Input da gegeben und die Leute so angeregt. Also wie gesagt, ich kann stundenlang mit dir reden. Ich will unbedingt noch die eine Anekdote loswerden, weil du gesagt hast, dein Mega-Fail war die Retro, die du vergessen hast. Das ist mir auch mal passiert. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin dann zum Team gegangen und habe gesagt, so, wir spielen jetzt. Der Scrum Master kommt nicht zu eurer Retro und ihr müsst sie alleine knaufen. Und ich habe mich tatsächlich in die Ecke vom Raum gesetzt und nichts gesagt und einfach nur zugehört. Und das war mega. Also es war ein spontaner Einfall einfach. Das war wirklich mega, weil du natürlich auch in so eine Vobachtungsposition reinkommst und raus aus diesem Hampelmann, ich muss jetzt fürs Team mit dir. Ja, coole Idee. Also insofern, das von mir, wie gesagt, wir müssen leider raus, weil die Nächsten schon warten. Aber geh doch in den Chat und sammle die alle auf. Session, Session rufen da schon die ersten Leute. Das mache ich gerne. Du wirst gefragt. Vielen Dank, Heimann. Also. Zähl noch im nächsten Jahr und du kriegst die doppelte Zeit. Danke. Ciao. 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 Ciao.